weil ich eigentlich auch setzlinge indem man die einfach abschließt stand in der regel ist es doch so dass du den baum fällst von unten also weil die sind ja so klein und da müssten doch eigentlich dann die liefst dann die saplings rausspucken so zumindest ist es doch besetzt bei allen bäumen oder nicht so dass ich habe auch schon bäume gehabt die fast gar nichts ausspucken ja hatte ich auch schon kann ich überhaupt nicht leiden so was solche geizigen aber ich versuche trotzdem hier ein paar blätter rauszubekommen paar setzlinge vielleicht habt mir ihr glück wird man die danach züchten kann schauen wir mal bis jetzt nicht das wirklich korallen aber immer noch kein zeppling ich will den zeppling haben wo bist du denn gerade nicht mal hoch ob die haben wir noch nicht ausgebaut weil dies geöffnet versteckt hier drin ich kann schon sein ich weiß ja dass da welche drin sind und ich glaube ich habe die auch schon geplündert kannst du mal gucken aber die dürfte leer sollen na komm schon gehen nach unten komm ich nach unten ne will nicht jetzt ja ist leer ja hier habe ich schon leer gemacht was ich gerade nicht verstehe wie können die auf steine wachsen die bäume ich frage mich nämlich gerade ob das echte bäume sind oder ob die sie einfach so manuell zusammengestellt haben so fake bäume die haben unten drunter markt teilweise eichenstämme jetzt kann es einfach nicht sein ja kann schon sein ich habe schon andere bäume gesehen die haben auch andere blätter als links gehabt und wenn du die dann gefällt hast bekommst du die richtigen saplinge und dann gab es auch das richtige holz von dem baum das habe ich aber glaube ich dann genug hier ausgerupft so dir von den dingen hier auch ein paar liefs mitgenommen also ja zwölf stück und einsetzen habe ich nicht kriegt aber das ich weiß nicht ob das reicht für so ein ding oder die dinge die bäume sind ziemlich groß ich glaube da brauchst du vier sätze dafür wir werden es rausfinden hier ist im der regel ist hier noch eine truhe drinnen und die habe ich noch gar nicht geplündert schauen wir ihn an wird sofort nachgeholt so geplündert aber das war es dann mehr ist hier wirklich nicht mehr und ein fettes loch wo schicken wir uns das ganze zeug genau so wir haben wir vielleicht nicht das kommt von mich mit kann hier was ist das hier was ist ob lief okay dann auch normal eigentlich kümmern nach osten weitergehen weil da war mir noch nicht also alles was ist hier nach richtung oder von richtung aus der nachrichtung osten so rum kommt haben wir noch nicht gesehen das war diese brühe ach scheiße es wird womit ich muss nur kurz landen und sonst wird euch nämlich ziemlich grün so warum ist ja auch von tomcraft dieser silberholz dünnst ich sehe gerade das sind wird was ich darauf eine verzögerung habe das was jeder zieht das ist bei mir schon jetzt glaube ich zehn sekunden er klar sag einfach jetzt und dann zählen die zeit bis es im stream ist ja eigentlich schon einstellungen erweitert und dann video statistiken anzeigen und dann sieht man hier an latenz zum broadcaster und steht bei mir gerade auf 78 sekunden 78 sekunden mein stream zu mir dauert 78 sekunden ja das ist ja auch so eine weite distanz von mir zu mir da kann schon mal sowas passieren ja so wo sind wir denn hier eigentlich dieser wald geht eigentlich der hat nur hohe bäume aber die haben so gut wie keine blätter die machen gar nichts ich bin ich bin theoretisch wenn ich das so wie ich schlau wäre das verstehen würde dass das holz und blätter sind so was verstehst du war was kapierst du nicht nach hier das ein baum aus bitter und holz besteht ich kann es noch nicht eins kennen ich könnte die eins gehen aber aktuell nein also bist du nicht klug genug dafür oder wie ich hab noch nicht genug hirn schmalz angesammelt was ist dann hier mit beide wo bist du denn überhaupt nach der hinten kannst du mal noch versuchen die blumen zu scannen vielleicht klappt das ja ja es kann halt jede blumen wenn du vorbeikommst gras kann ich auch nicht kennen da habe ich auch noch nicht zu und nicht dass die das hier hinzu wasser sand kies etc hast du schon gescannt kies wasser und so auch sand das ist schon alles drin von mir weidenholz die weide könnte ich auch skinnen aber aktuell nein ja noch nicht so kann ich jetzt sehen wie sie auch sehen jetzt kommen schon alle mir im kies den kann ich nicht kennen den anderen konnte ich scannen andere macht doch wahrscheinlich wieder match konnte ich auch scannen frage es halt bringt uns taumkraft wieder auf die tonkraft bei uns was man man kann damit eigentlich relativ gute sachen machen auch was abbauen und automatisierung angeht gibt mit dem kopf eigentlich auch ganz gut ich hab da mal schon einiges gesehen gehabt weil einfach nur weil am besten du hast den ganzen ganze zeit dein magneten an fliegt einfach mal über über die ganze map und dann hast du da kannst du ja definitiv so wie ich gerade tasche voll und ich habe nicht mal auch mal bock irgendwie so eine art schon überlegt mal so längere zeit mal so eine so geile rpg modpacks den wir es nicht kennen können oder da kann ja nichts werden sagt er mir direkt das wird los das zeug ist gar nicht wahr das glumpe satires alles kaputt ja natürlich ist gerade kaputt ich habe die hälfte von dem ding oder fast die hälfte von dem ding weggeschlagen direkt mal rasiert das dahinten sieht mir doch schon wieder nach einer mine nach einer dinge aus gefüllt blusches sich das richtig ja ich habe ja schlange es kennt bei mir schon diese schlüssel blöcke die kennt ich kann nicht wie es aussieht gar nichts gehen ok stein wasser durchgezogener stein ja hier bei mir ist dann noch ein feuer durchzogener stein dann ist hier noch salzerz moos anders sieht die sachen brauche ich für im system speicherungen gedöns war dass das abbauen wenn man fliegt dauert halt drei jahre gefühlt wo eisen warum mache ich das auch mit dem langsamsten hammer der welt und ich mit dem guten 3 x 3 hammer hier ist noch mal eisen kannst auch mal schauen ich weiß hier nicht bekommst du schon die essenzen raus wenn du was kannst aktuell denn ich halte ich bin solch nach forschungspunkte halt weil eigentlich es gibt eine möglichkeit dass du auch die essenzen beim beim scannen irgendwie bekommst die kannst du nämlich kombinieren und dann das sind diese genau da brauchst du dann da brauchst du dann diesen diesen table den du bei den du max beim hexenturm hingestellt hast und dann kannst du die kombinieren und dadurch lernst du dann zum beispiel dass du liebe wesen scannen kannst oder gedöhnt so was ist mit der war ein ist auch noch nicht so der bringe oder wir haben hier gerade eine wieder ein dings gefundene wein also da sind auch noch für dich sachen drin zum scannen falls du es gerne kannst überhaupt ja von dem taum kraft soll kann man ja schon ganz viel im system rum fliegen noch ziemlich viel von nöten sein das sind schon etliche tonnen die wir da drin haben das schätzt das mal uns da schätzt das mal nicht wie viel ich schon gesammelt habe das reicht noch nicht es reicht sowieso nie so hier ist noch eine salzen salzerz ich weiß nicht ob du das schon scannen kannst da hast du schon okay da geht es noch weiter rein habe ich gerade entdeckt es aussieht aber nicht weit okay dann ist wurscht hast du wasser durchzogenen stein schon okay ich habe auch schon gelernt dass man auch wenn man diese man kann einmal die blöcke an sich scannen und die in der wand stecken und dann kann man noch mal die scherben man ihn schmeißen was gehen du hast es hier einfach liegen lassen doch gewann wasser durchzogener stein denn hast du einfach da liegen lassen und das habe ich schon aus dem berg gekratzt schlimm ja wenn du es nicht machst so theoretisch könnte ich jetzt neue scheren und gedöns bauen weil ich merke noch kann ich es nicht bauen weil ich muss mir erst noch einen ofen bauen und fackeln wir nicht fackeln wenn ich verkehrt mal kurz bisschen kohle aus dem dinge rausscheuern danke von follow krebs 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 pyramiden tuja was du bist du jetzt außerhalb von der schlucht also oben halt also ich brauche mal ein bisschen holz wie gezogen holz für sticks und für den werk werden schnell so holz boot crafting station schnell mal zusammen zu machen sondern erstmal so crafting station steine kriege aus dir schnellen ofen gezimmert ja so ofen kohle rein das ist copper iron ore iron ore hier hallo kohle hier rein so man muss mal schnell so smart crafting station hier schon mal so jetzt sind gleich mal kurz dahin das kupfer theoretisch ist alles gedönsmüll die hebe ich mir auf ja ich habe jetzt keins dabei für to go echt keine ahnung wie viel bin ich denn aktuell ich habe das überhaupt nicht im blick um ehrlich zu sein bis bei exakt 99 echt 99 neues hätte ich jetzt nicht gedacht wie kann schon mal kommen nicht schlecht hätte ich nicht gedacht aber gut ich dauere jetzt ja auch schon in anführungsstrichen lang genug ich weiß gar nicht wann habe ich mit dem streamen angefangen ich glaube letztes jahr irgendwann dafür habe ich noch nicht so weit gebracht aus mir um hohe was ich wieder für zeug dabei habe am moment mein obelisk aber weil ich ja mein ding das wichtigste eigentlich für unsere rundreisen vergessen habe und zwar mein enderbeutel muss ich dich mal kurz darum bitten das was ich hier in die truhe reingeschmissen habe rauszunehmen und bei dir in den enderbeutel reinzuschmeißen damit das da mal ins me system geschostet wird so dann hole ich mir mal schnell noch mein xp obelisk raus wo habe ich den jetzt hingeschweißt da ja wie gesagt ich habe intelligenterweise vergessen mitzunehmen so mal alle xp die ich unterwegs das wieder gesammelt habe man wieder 30 level da mal reingeschustert tomcraft sachen die direkt aus direkt xp beutel ja ich bin heute nicht gut vorbereitet auf unsere reise jetzt wird noch mehr anflogen so hebel upgrade aha ja das habe ich irgendwo gefunden so haben wir erst mal schere noch mal zwei und drei noch mal vier so geht aber keine schere so rum die war noch gerade noch kisten in der beutel verwirrung so extrem will es wieder einpacken halt so ständig muss noch unten drinnen alles liebe die rüstung also seitdem ich die habe ich spring von überall runter scheiß drauf man überlebt ce zählt mir gerade noch ein was ich noch machen wollte so einmal hier bitte aufladen woran ich nämlich gedacht habe ist meine batterie für dugo mitzunehmen um das werkzeug und rüstung et cetera wieder aufladen zu können so die ist voll laden wir die noch auf den maulwurf noch aufladen die axt auch noch ich habe extra mehrere reingetan die zwei stücke drin sind kannst du die raus nehmen so wenn du rüstung et cetera aufladen willst besteht jetzt auch die möglichkeit ich habe gerade den akku draußen oder deine ich habe ja meinen akku mitgenommen mein akku habe ich auch dabei hier so hast du da alles aufladen lassen jeden fall erst mal schuhe aufladen die geräusche immer das mal nicht dass es mal alles aufladen so sollte ein passen das ist das hunde mit beworfen klang nämlich gerade so irgendwie halt das ist noch ein rohr das kommt raus das kommt raus dann schmeiße ich hier mit rein schnell noch das mal noch durch kochen 98 sagt der bot ich glaube der bot ist ein bisschen ein hinterher das kann durchaus sein der läuft ja noch nicht von anfang an mit oder es hat wieder einer unfallort das ist auch im bereich des möglichen aber wen kümmert das schon so ich wollte ja noch ein bisschen kohle aus der wand kratzen für fackeln ich dachte da auch nicht drauf was ich da hier ist noch schön kohle drinnen man muss eigentlich irgendwie züchten das weiß ich gar nicht ehrlich gesagt ja die moosballen die benutzt er dann für verschiedene sachen für farbe und für hast du nicht gesehen aber ansonsten ich kann es ja einfach mal aus ausprobieren mitnehmen irgendwo dran kleben und schauen was passiert was mich immer ärgert ist man hat ja also wir haben auf unsere rüste ja neidwischen drauf aber solange es irgendwo noch ein hauch von hell ist bringt die so überhaupt nichts ich werde hier drin nicht ertrinken so aber ich habe jetzt mal schnell noch bisschen kohle rausgeholt das war ja eigentlich mein haupt ziel das eisen nehme ich auch noch mit bietet sich gerade an das dachte ich schon senkt sich wieder auf da hatte ich nur kurzen hänger auch kupfer kein wunder dass wir tausend millionen erze im system haben ich komme an keinem erz haufen vorbei irgendwie sobald ich einen see musiken haben und das muss ich sowieso haben wir zertus quats brauche ich ja schlimm oder das ist wasser und nochmals etwas kurz aber mit der rest verarschen oder ihr wollt mich doch mit absicht hier in dieser höhle gefangen halten die wir mich mit mit erzen ködert ich hängt fest hilfe erzer so wo habe ich denn dinge gebaut ach da hinten so ich hoffe mal dass der stream nicht so ruckelt wie es bei mir gerade hier aussieht aber ich habe 80 sekunden verzögerung ok weil nämlich wenn ich darauf die stream vorschau bei twitch guckt dann ist das da ein einziges geruckel ok aber wenn du sagst das läuft alles tutti und flüssig dann also ich habe damit mal spaßes halber mein dach bedeckt ja genau davor hatte ich ein haus aus dach aus matsch einfach nur weiß kann oder weil ich es konnte sowas haben wir denn jetzt in order der kopp ja aber das hat mir zu sehr dann doch rum gesaut ganze zeit ist irgendwas runter getroffen das fand ich dann irgendwie doch nicht so gut so dann machen wir doch hier gleich mal noch mal sticks draus und aus dem kubs das meinte hier machen wir dann gleich noch mal ein paar fackeln die ganze zeit zwischendurch krokodile um auf die hoffnung zu haben dass sie ein eindruppen ich weiß nicht ob die das auch tun wie halt schlangen oder also komodo warane das weiß ich gar nicht die krokodil damen leider nichts fallen lassen dann mögen sie dich vielleicht einfach nicht da habe ich exa und karras und schwert gekriegt was glück drauf hat ja aber nur lack und nicht lag drei oder so ich hätte ja eins mit looting drei aber glück ist auch nicht drauf wenn wir mal schauen wer 1000 bücher verzauberungs bücher im system die wollte ich hier auch noch um designen die ganze verzauberungen runter bis auf eine und die dann gesammelt dann auf andere bücher so dass man die einzelnen verzauberungen jeweils auf ein buch hat was müssen du hast du fliegen